Behandlung, Symptome und Ursache für Sveniflu Schweinegrippe wurde in Mexiko, den Vereinigten Staaten, entstanden. Im April 2009 entwickelte sich ein neuartiger Grippestamm, der die kombinierten Gene aus Mensch-Schwein- und Vogelgrippe kombinierte. Im Jahr 2009 ein Schweineursprung H1N1-Virus-Stamm, der gemeinhin als Schweinegrippe bezeichnet wird. Experten gehen davon aus, dass dieses Virus höchstwahrscheinlich aus Schweinen in Asien entstanden, ist und dann nach Nordamerika getragen wird. Infizierten Personen die Übertragung der Grippe ist Mensch zu Mensch mit gekochten Schweinefleischprodukten. Es heißt Schweinegrippe, weil man davon ausgegangen ist. Schweine, ist aber nicht sicher. Ab April 2009 hat es sich rund um den Globus verbreitet. Punktes ist auf Schweine durch direkte und indirekte Kontakt, Aerosole und von Schweinen, die infiziert sind, aber keine Symptome. In vielen Teilen der Welt werden Schweine gegen Schweinegrippe geimpft. Schweinegrippe wird auch als H1N1-Grippe Schweinegrippe, Schweinegrippe, Schweinegrippe bezeichnet. Schweinegrippe-Virus wird auch als Schweineinfluenza-Virus bezeichnet. Die Menschen mit regelmäßiger Exposition gegenüber Schweinen sind ein erhöhtes Risiko für eine Schweinegrippe-Infektion. Grundsätzlich Schweinefleisch stellt keine Gefahr der Infektion, wenn richtig gekocht. Es gibt drei Gattungen von Grippeviren, die menschliche Grippe verursachen. Sie sind Influenza A Influenza B Grippe C Influenza A ist bei Schweinen üblich, Grippe C ist selten. Sie infizieren sowohl Menschen als auch Schweine, aber nicht infizieren Vögel. Influenza B wurde bei Schweinen nicht berichtet. Es gibt Einige Subtypen von Influenza A sie sind H1N1, H1N2, H3N1, H3N2 und H2N3. Bei Schweinen sind drei Subtypen von Influenza die häufigsten Stämme weltweit. Am häufigsten sind die Menschen, die die Schweinegrippe fangen, in Kontakt mit infizierten Schweinen und auch mit dem Kontakt mit infizierten Menschen. Der häufigste Weg ist durch Infizierte Schweine. Es kann ein Missverständnis sein, dass die Leute denken können, dass sie keine Schweinefleische oder Schweinefleischprodukte haben können. Aber Wenn die Schweinefleisch und Schweinefleischprodukte ordnungsgemäß behandelt wurden, dann ist die Übertragung von Schweinegrippe an Menschen wirklich nicht möglich. Es wird empfohlen, Schweinefleisch bei der Temperatur von 160 F zu kochen, weil es das Virus tötet.Humane, die nicht in engem Kontakt mit Schweinen sind in der Regel. Kein Problem der Schweinegrippe sind sie weniger wahrscheinlich von diesem Virus betroffen sein. Wenn das Virus infiziert genug Menschen in einem Gebiet, ist das Risiko von Grippe deutlich viel höher.Basisch ist es eine harte Kernwahrheit, dass wir nicht über eine bestimmte Schweinegrippe Impfstoff für den Menschen. Die Schweinegrippe-Viren, die sich gewöhnlich unter Schweinen verbreiten, sind nicht die gleichen wie menschliche Grippe-Viren. Schweinegrippe infiziert nicht oft Menschen. Und die seltenen menschlichen Fälle, die in der Vergangenheit aufgetreten sind, haben hauptsächlich Menschen betroffen, die direkten Kontakt mit Schweinen hatten. Aber der aktuelle Schweinegrippe-Ausbruch ist anders. Es wird durch ein neues Schweinegrippe-Virus verursacht, das sich in einer Weise verändert hat, die es erlaubt, sich von Person zu Person unter Personen zu verbreiten, die keinen Kontakt mit Schweinen hatten. Vermeiden Sie handschick und umarmen eine Person, die unter Fieber leidet, kalt oder husten. Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig mit Seife. Versuche, Deinen Stress zu bewältigen. Viel Schlaf bekommen. Komm nicht in die Nähe der Leute, die krank sind. Vermeiden Sie es, Krodi-Plätze zu gehen. Verbrauchen viel Flüssigkeit. Einnahme von gut ausgewogenen Ernährung ist ganz wichtig. Schweinegrippe-Übertragung Schweinegrippe breitet sich von Person zu Person aus, entweder durch Einatmen des Virus oder durch Berühren von mit dem Virus kontaminierten Oberflächen und berührt dann den Mund oder die Nase. Infizierte Tröpfchen werden durch Husten oder Niesen in die Luft vertrieben. H3N2V verbreitet sich nicht so leicht von Person zu Person wie H1N1. Diese schlechte Übertragungsrate ist Wahrscheinlich, warum es so wenige Einzelpersonen mit H3N2V.Research infiziert hatte, das H1N1-Schweinegrippe ist ungefähr so ansteckend wie die übliche menschliche Grippe. Wenn eine Person in einem Haushalt Schweinegrippe bekommt, werden irgendwo von 8% minus 19% der Haushaltskontakte wahrscheinlich infiziert. Berichte aus der Südlichen Hemisphäre deuten darauf hin, dass die Schweinegrippe etwas mehr Infektionen verursacht hat, als es für eine Influenza-Saison normal wäre. Jedoch wird das Neueste Schweinegrippe-Virus H3N2V nicht sehr leicht von Mensch zu Mensch verbreitet. Die Mehrzahl der bisherigen Infektionen trat infolge des direkten Übertragens des Schweine-Virus H3N2V von Schweinen auf den Menschen auf, da die meisten der infizierten Personen mit Schweinefischern oder Staatsmessen mit Schweinen als vorherrschende Wettkampfeinnahmen verbunden waren. Allerdings ist die CDC betroffen, weil diese Situation leicht ändern könnte, wenn H3N2V-Gene, die eine leichte viraler Übertragung zwischen den Menschen ermöglichen, erwirbt. Schweinegrippe-Symptome Schweinegrippe, sowohl H1N1 als auch H3N2V, verursachen eine Atemwegsinfektion. Die CDC empfiehlt, dass Schweinegrippe in Menschen, die Fieber und Atemwegserkrankungen, vor allem Husten oder Halsschmerzen haben berücksichtigt werden. Kranke können auch Müdigkeit, Schüttelfrost, Kopfschmerzen oder Körperschmerzen haben. Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall ist auch bei Menschen mit Schweinegrippe aufgetreten. Sehr kleine Kinder können sich nicht über Fieber beklagen oder einen Husten haben, sondern viel mehr Lustlosigkeit oder Kurzatmigkeit als ihr Hauptsymptom haben. Kinder und junge Erwachsene hatten die höchste Infektionsrate mit der H1N1. Grippe 2009 Ältere Erwachsene waren weniger wahrscheinlich, Infektionen zu haben, was einige zu spekulieren, dass ältere Personen teilweise Immunität haben könnte. Eine partielle Immunität tritt auf, wenn Menschen Antikörper gegen ein Virus machen, die eine Wirkung auf ein anderes Virus haben. So konnten ältere Menschen, die einem ähnlichen Virus ausgesetzt waren, teilweise gegen Schweinegrippe geschützt worden sein. Die Schlüsselwörter hier sind vielleicht und teilweise. Es gibt keine Garantie, dass eine ältere Person geschützt ist, und wenn sie sich infizieren, sind sie gefährdet für Komplikationen, die einen Krankenhausaufenthalt benötigen. Eine aktuelle Studie zeigte, dass 33% der Menschen über 59 Jahre haben Antikörper, die helfen könnten, gegen neuartige H1N1 zu schützen. Allerdings, wenn ältere Menschen infiziert werden, kann die Krankheit schwerer sein, wie es bei den meisten Influenza-Infektionen zutrifft. Obwohl die Infektion in der Regel mild ist, haben einige Menschen mit Schweinegrippe schwere Atemwegserkrankungen erlebt, einschließlich Pneumonie oder Atemstillstand, die zum Tod führen. Schwangere Frauen haben ein hohes Risiko für schwere Erkrankungen Von Sorge, die meisten Todesfälle früh in der Pandemie traten bei Erwachsenen unter 65 Jahren, einschließlich der Menschen unter 25 Jahren. Dies war das Gegenteil von dem, was passiert in einer normalen Grippesaison, wenn die meisten Todesfälle bei älteren Menschen auftreten.Personen mit chronischen Erkrankungen sind immer auf höheres Risiko für Komplikationen aus der Influenza und das gilt auch für die Schweinegrippe. Diese chronischen Erkrankungen Beinhalten Asthma, chronische Lungenerkrankung, Herzerkrankungen, Diabetes, unterdrückte Immunsysteme und Nierenversagen. Personen mit Schweinegrippe werden von einem Tag an ansteckend, bevor sie krank werden, bis mindestens 24 Stunden nach der Symptome aufgelöst werden. Kinder und Menschen mit schwachem Immunsystem können für längere Zeit infektiös sein. Die Symptome der H1N1-Schweinegrippe sind wie regelmäßige Grippesymptome und beinhalten Fieber, Husten, Halsschmerzen, laufende Nase, Körperschmerzen, Kopfschmerzen, Schüttelfrost und Müdigkeit. Viele Menschen mit Schweinegrippe hatten durch Fall und Erbrechen. Aber diese Symptome können auch durch viele andere Bedingungen verursacht werden. Das bedeutet, dass sie und ihr Arzt nicht wissen können, nur auf ihre Symptome basiert, wenn sie Schweinegrippe haben. Gesundheitspflegeprofis können eine schnelle Grippetest bieten, obwohl ein negatives Ergebnis bedeutet nicht, dass sie nicht die Grippe haben. Die Genauigkeit des Tests hängt von der Qualität des Herstellers Test, die Probenarme Methode, und wie viel Virus eine Person ist zum Zeitpunkt der Prüfung vergossen. Gliederschmerzen Schüttelfrost Pusten Durchfall Kopfschmerzen Halsentzündung Temperatur Müdigkeit Erbrechen Höchstes Risiko von H1N1-Schweinegrippe Schwangere Frauen sind sechsmal häufiger schwere Grippekrankheit als Frauen, die nicht schwanger sind. Kleine Kinder, besonders jene unter zwei Jahren. Menschen mit Asthma Menschen mit Kopf- oder anderen chronischen Lungenbedingungen Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, außer Blut-Haufdruck Menschen mit Leber-Problemen Menschen mit Nieren-Problemen Menschen mit Blutkrankheiten, einschließlich Sichel-Zell-Krankheit Menschen mit Neurologischen Erkrankungen Menschen mit Neuromuskulären Erkrankungen Menschen mit Stoffwechselstörungen, einschließlich Diabetes Menschen mit Immunsuppression, einschließlich HIV-Infektion und Medikamente, die das Immunsystem zu unterdrücken, wie Krebschemotherapie oder Anti-Ablehnung Medikamente für Transplantationen Einwohner eines Pflegeheims oder einer anderen chronischen Pflegeanrichtung Ältere Menschen haben ein hohes Risiko einer schweren Grippekrankheit, wenn sie es bekommen Relativ wenige Schweinegrippe-Fälle wurden bei Menschen über 65 Jahren gesehen Menschen in diesen Gruppen sollten medizinische Versorgung suchen, sobald sie Grippesymptome bekommen Eine auffallende Anzahl von Erwachsenen, die schwere Schweinegrippe-Komplikationen entwickelt haben, verkrankhaft obese Während die überwiegende Mehrheit der Extrem Fettleibigen Menschen Atemwegserkrankungen und oder Diabetes leiden, die Grippe verschlimmern, wird Fettleibigkeit selbst jetzt als ein Risiko für schwere 2009 H1N1 Grippe Kindern sollten dringende ärztliche Betreuung gegeben werden Schnelle Atmung oder Schwierigkeiten beim Atmen haben Haben sie bläuliche oder graue Hautfarbe Trinken nicht genug Flüssigkeit Nicht aufwachen oder nicht interagieren Schwere oder anhaltende Erbrechen haben Sind so gereizt, dass das Kind nicht gehalten werden soll Haben sie grippeähnliche Symptome, die sich verbessern, aber dann mit Fieber und einem schlechteren Husten zurückkehren Haben sie Fieber mit einem Hautausschlag Haben sie Fieber und haben dann eine Beschlagnahme oder plötzliche Geistige oder Verhaltensänderung Ausbreitung für Schweinegrippe Das neue H1N1 Schweinegrippe-Virus verbreitet sich offenbar wie die regelmäßige Grippe Sie können Keime direkt aus Luft getragenen Tröpfchen aus dem Husten oder Niesen Einer Infizierten abholen Person Du könntest auch das Virus abholen, indem du ein durch den Husten oder die Berührung einer infizierten Person verunreinigtes Objekt berührst und dann deine Augen, Mund oder Nase berührst Deshalb solltest du deine Hände waschen, auch wenn du nicht krank bist Infizierte Menschen können beginnen, Grippekeime bis zu einem Tag vor Beginn der Symptome zu Verbreiten und Für bis zu sieben Tage nach krank, nach der CDC. Das H1N1 Schweinegrippe-Virus, wie die Saison-L-Grippe-Virus, kann in der Luft, wenn sie husten oder niesen, ohne ihre Nase und Mund, senden Keime in die Luft Verrätsstudien deuten darauf hin, dass die Schweinegrippe sich weniger leicht durch kleine, luftgetragene Tröpfchen ausbreitet Als Saison-L-Grippe Aber es verbreitet sich auf dieser Strecke, und es kann beginnen, sich noch leichter zu verbreiten, da das neue Virus sich vollständig an Menschen anpasst Das H1N1 Schweinegrippe-Virus ist ein menschliches Virus, das von Menschen und nicht von Schweinen verbreitet wird Der einzige Weg, um die neue Schweinegrippe zu bekommen, ist von einer anderen Person Schweinegrippe-Infektion verhindern Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig mit Seife und Wasser, besonders nach Husten oder Niesen Schrubben Sie für mindestens 20 Sekunden und gründlich ausspülen Wenn Seife und Wasser nicht vorhanden sind, waschen Sie Ihre Hände mit einem alkoholbasierten Handgel Reiben Sie Ihre Hände zusammen, bis der Alkohol vollständig trocknet Vermeiden Sie engen Kontakt, der innerhalb von 6 Fuß ist, mit Menschen, die grippeähnliche Symptome haben Vermeiden Sie es, Mund, Nase oder Augen zu berühren Das ist nicht leicht zu tun, also halte die Hände sauber Wenn Sie grippeähnliche Symptome haben Fieber plus mindestens Husten oder Halsschmerzen oder andere Grippesymptome bleiben zu Hause für 7 Tage nach Symptomen beginnen oder bis Sie symptomfrei für 24 Stunden je nachdem, was länger ist Tragen Sie eine Gesichtsmaske, wenn Sie in engen Kontakt mit einer kranken Person kommen müssen Schließer bedeutet innerhalb von 6 Fuß Es gibt keinen Endgültigen Beweis dafür, dass eine Gesichtsmaske die Grippeübertragung verhindert Verlassen Sie sich nicht nur auf eine Gesichtsmaske, um eine Infektion zu Verhindern Tragen Sie ein N95-Atemschutzgerät bei einer kranken Person mit einem Vernebler, Inhalator oder einer anderen Atemwegsbehandlung Es gibt keinen Endgültigen Beweis dafür, dass ein Batmungsgerät eine Grippeübertragung verhindert Verlassen Sie sich nicht nur auf ein Atemschutzgerät, um eine Infektion zu verhindern Menschen, die eine Schweinegrippe haben oder verdächtigt werden, sollten eine Gesichtsmaske tragen, falls vorhanden und erträglich, wenn sie gemeinsame Räume mit anderen Haushaltsmitgliedern teilen, wenn sie sich außerhalb des Hauses befinden oder wenn sie Kinder oder Kleinkennern haben Mastblumen mit Schweinegrippesymptomen Sollten ausdrücken Ihre Mutter Milch, und das Kind sollte von jemand anderem gefütet werden Schweinegrippebehandlung Laboruntersuchungen haben gezeigt, dass der Schweinegrippestamm 2009 für zwei antivirale Medikamente empfindlich ist, die zur Behandlung von menschlicher Grippe verwendet werden Sie sind Oselthermifir und Sanamifir Oselthermifir wird in Pillenform gegeben Sanamifir ist ein inhaliertes Medikament Beide Medikamente benötigen ein Rezept Die Drogen sollten den Menschen gegeben werden, die Schweinegrippe haben, wenn sie chronische Erkrankungen haben, die sie für Komplikationen gefährden oder wenn sie ungewöhnlich krank sind Diese Medikamente können für Patienten mit H1N1 oder H3N2V-Infektionen verwendet werden Ein paar drogenresistente H1N1-Algen wurden Berichtet, aber die meisten Schweinegrippestämme bleiben empfindlich Ältere Medikamente wie Amantaden sind nicht wirksam Es gibt einige Medikamente zur Verfügung Die effektiv behandeln Schweinegrippeinfektionen bei Menschen sowie viele andere Arten von Grippeinfektionen bei Menschen Es gibt zwei Hauptbehandlungen Adamantane Inhibitoren des Influenza-Neuraminatase-Proteins Die meisten Menschen mit Schweinegrippe erholen sich völlig ohne die Notwendigkeit für medizinische Aufmerksamkeit Selbstpflege zu Hause Menschen, die im Verdacht stehen, neuartige H1N1 oder H3N2V-Influenza zu haben, sollten von der Arbeit aus zu Hause bleiben und nicht in die Gemeinde gehen, auch in die Schule gehen oder gehen Arbeit Die CDC empfiehlt, dass Menschen mit Influenza-ähnlicher Krankheit zu Hause bleiben, bis mindestens 24 Stunden nachdem sie frei von Fieber sind. Over the counter Medikamente wie Ibuprofen oder Acetaminofen können verwendet werden, um Fieber oder Schmerzen zu reduzieren Aspirin oder aspirinhaltige Produkte dürfen nicht an Kinder im Alter von 18 Jahren oder Jünger gestellt werden, da das Risiko von Leberschäden besteht. Befolgen Sie immer die Packungsbeilage für eine Over the counter Kalt- oder Grippeheilmittel Schweinegrippe Fakten Viren von Schweinen verursachen gelegentlich Ausbrüche der menschlichen Infektion Symptome sind in der Regel ähnlich wie saisonl-menschliche Influenza, das kann von leichten oder gar keine Symptome bis hin zu schweren und möglicherweise Tödlichen Pneumoniereichen Da Schweinegrippe Symptome ähnlich denen der saisonalen Grippe sind, wird Schweinegrippe bei Menschen oft nicht erkannt. Wenn es gefunden wird, ist es Normalerweise während der saisonalen Grippe Überwachung Schweinegrippe ist ein neues Virus, das die Welt noch nie gesehen hat, es hat viele Ähnlichkeiten mit den vergangenen Pandemien und könnte letztlich in eine andere 1918 verwandeln, aber unwahrscheinlich, das Döner in diesem Moment in der Zeit. Da es im April entdeckt ist, hat es sich rund um den Globus verbreitet und hat Infektionen in 74 Ländern verursacht 27.000 Infektionen, aber die reale Zahl wird viel näher an 500.000 sein. Die Ausbreitung dieses Virus ist weit von vorbei und die Bedrohung einer zweiten stärkeren Welle im Herbst oder Winter hat die Welt an einem Messerpunkt hängen. Dieses Virus könnte mutieren und weit gefährlich werden, aktuelle Schätzungen berechnen, dass 120 Millionen Menschen sterben können von diesem neu entdeckten, auf das wir keine Immunität haben. Alles in allem wird diese Situation in den nächsten paar Monaten schlechter werden und wir sollten uns jetzt konzentrieren Bemühungen, den Entwicklungsländern wie Afrika zu helfen und auch so viel Vieh möglich zu retten, auch das Leben zu führen, wenn eine noch nie dagewesene Menge an Menschen stirbt. Vielen Dank.